Was geht, Ladies and Gentlemen, hier ist Curse aus dem True Business Studio während den Freiheit Mix Sessions. Ich war jetzt über das Wochenende weg, nämlich in Paris, und habe dort an einem ziemlich interessanten Projekt teilgenommen, initiiert das Ganze von Akhenaton von I.A.M., mit dabei Akhenaton, Chiriken, Ahmed von La Connexion in Frankreich, Baloggi aus Belgien, Promo aus Schweden, Nura Nur aus Norwegen, Sam the Kid aus Portugal, Mucho Muchacho aus Spanien, Abdel Malik aus Frankreich, produziert von Spike, und das ist ein europäischer Gemeinschaftstrack, den wir recordet haben. Und ab morgen seht ihr auch ein paar Fotos und ein kleines Video von dieser Session dort, und erfahrt ihr mehr. Also bleibt auf jeden Fall dran, hier. Freiheit!